Die Waagbach-Niederung ist ein wertvolles Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg, das jedes Jahr viele Beobachterinnen und Beobachter anlockt. Während viele die Purpur-Reier, Blaukirchen und Badmeisen beobachten und fotografieren wollen, wissen viele nicht, dass es hier noch viel mehr zu entdecken gibt. Entdecke den Hotspot der Vogelbeobachtung Waagbach-Niederung und erfahre mehr über das Gebiet, seine besten Beobachtungsgelegenheiten, wann sich ein Besuch lohnt und wo du nach welcher Art Ausschau halten kannst. Das Paket beinhaltet ein ausführliches Video, ein kompaktes PDF, eine Artenliste sowie alle wichtigen Orte mit einem Klick auf dein Handy. Außerdem lernst du noch viele weitere Beobachtungsgebiete in der Region kennen. Worauf wartest du? Entdecke die Waagbach-Niederung von einer ganz anderen Seite.